Die Scharzt aus Mai Ganz kurz zusammengefasst, überraschenderweise hat sie Bismarck auf Platz 1 geschafft. Immer noch ein sehr kompetitives Schiff in World of Warships. Hat sicherlich auch schon damit zu tun mit den Clan Wars, die gewetteten Gefechte, die da eine Rolle gespielt haben. Mit der Bismarck ist man halt bis an den 11. bzw. bis kurz vor den 10. rangekommen. Und wenn man dann da war, dann musste man ein T-10 Schiff benutzen. Daher dann wahrscheinlich auch die Schimarer auf Platz 2, der beliebteste Zerstörer in den gewetteten Gefechten der Season 9. Da gehen wir jetzt hier gleich im Anschlag drauf ein. Das passt alles sehr nah zusammen. Die NOCA, North Carolina, wer die Abkürzung nicht kennt, T-8 Schlachtschiff. Der Amerikaner hat es ebenfalls in die Top 3 geschafft. Damit schließen wir die ab. Und dann kommt die Kagero, ebenfalls ein T-8 japanischer Kreuzer. Bombenleger sozusagen. Ahle ins Wasser und schön verstecken. 5,4 Kilometer. Die Sichtbarkeit bei dem Teil nur, wie es gilt, ist schon eine geile Nummer. Und die Amator rundet die Top 5 komplett ab. Halt das große Kaliber, was auch in den hohen Tierstufen natürlich immer wieder ordentlich durchhaut und aus fast allen Lagen sehr gut Schaden austeilen kann. So. Und um diese Sache den Zusammenhang zu geben, kommen wir hier gleich zu den gewetteten Gefechten der Saison 9. Ja, wir hatten über 14 Millionen Kämpfe, die gewertet ausgeführt wurden. Es wurden 237.000 Teilnehmer, deutlich mehr als 237.000 Teilnehmer gezählt. Und sehr interessant finde ich wieder hier die Verteilung der Spielerränge. Ja, dass es hier wirklich eine Spitze gibt zwischen 15, also zwischen 17 und 10, befindet sich wirklich ein Großteil der Spieler nur in den sieben verschiedenen Rängen. Und das ist doch schon echt eine klasse Sache. Oder eine deutliche Sache, wollen wir mal so sagen. Ob das klasse ist, weiß ich nicht genau, dass man halt nur bis T10 mit T8 Schiffen kam. Ich weiß nicht, wie ist eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte? Findet ihr das gut, dass man mit T8 Schiffen nur bis zum 10. Rang kam und ab da ein T10 fahren musste und wenn man gar kein T10 Schiff hatte, Pech hatte? Es gibt bestimmt viele da draußen, die sagen, ja, das ist eine geile Idee gewesen. Ich persönlich muss auch sagen, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil man damit halt auch ein bisschen die Spannung hochhielt. Einen Antrieb für die Leute hat T10 Schiffe zu erfahren und ja, wie soll ich sagen, das Niveau vielleicht auch relativ gleich hoch hielt. Das war zumindest der Anspruch von World of Warships, als sie das so eingeführt haben. Ist das eurer Meinung nach gelungen? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Schreibt es einfach in die Kommentare unter. Das Video wird, ich werde da auch fleißig mitlesen und gegebenenfalls auch mit drauf eingehen. 3,6% aller Spieler haben den Rang 1 erreicht. Ja, also das ist dann ja eine ganze Menge. Wir haben hier, wie gesagt, 237.597 Teilnehmer und davon sind 1% 2375. Das sind also mal locker aus der Hüfte hochgerechnet so 7000 Personen und ein bisschen mehr. Ja, also sind ja 0,6, die hier den Rang 1 erreicht haben. Also nicht so schlecht und eine ganz coole Zahl. Das muss man sich immer auch auf der Zunge zergehen lassen. Ja, dann geht es weiter. Beliebteste Schiffe. Ja, die Schimakase. Da passt dann auch wieder, warum sie im Mai mit ganz vorne dabei war, nämlich den Platz 2. Beliebteste Schiffe mit 914.824 Einsätzen, die Schimakase. Die Bismarck mit 853.009 Einsätzen. Dazu kommen ja bei diesen ganzen Sachen hier oben auch immer noch die Zufallsgefechte. Hier geht es ja nur um die gewerteten Gefechte. Hindenburg und Lexington spielten dann auch noch eine Rolle, aber dazwischen ist dann schon eine ganz große Kluft. Ja, es gibt nur 83.000 Gefechte für die Lexington, während die Hindenburg dabei 659.000 liegt. Naja, hier seht ihr dann, wie oft die Black die Flint vergeben wurde. 993 Mal wurde die Flint nach dieser Saison vergeben. Wir sind ganz stolz und können sagen, wir als Seacrots haben auch ein Mitglied, was auch schon lange bei uns Mitglied ist, was zu dieser Saison dann die Flint freigeschaltet hat. Und wir können euch jetzt schon sagen, dass wir dazu uns auch nochmal was Spezielles ausdenken werden, wenn ihr denn dann mitspielt. Sagen wir mal so. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, euch eine Schiffsvorstellung für die Flint zu machen. Müssen wir uns nur noch da einig werden. So, und dann gibt es den Rekord sozusagen. Wer der Schnellste, der Rang 1 erreicht hat, brauchte vier Tage. Vier Tage, um Rang 1 zu werden, ist eine echt Hammergeschichte. Derjenige hatte wahrscheinlich Urlaub oder jede Menge Zeit. Auch am Anfang brauchst du, selbst wenn du gut bist, doch einige Gefechte, um die alle zu fahren. Da sind dann schon mal so 20, 30 Stunden ins Land gegangen, trotz alledem. Also tolle Leistung, Respekt, wer auch immer es war, wird ja hier namentlich nicht genannt. Ich finde so eine Grafik immer toll. Zeigt ja auch, wie die Community lebt und wie unterschiedlich die Schiffe priorisiert werden. Dann, naja, also vier Tage für Rang 1, krasse Sache. So, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist jetzt der vorstehende Livestream. Das ist eine Sache, eine Werbung jetzt in eigener Sache. Ich möchte euch darauf hinweisen, wir als Seacrouds haben es geschafft, zusammen mit Hurz einen Multi-Livestream aufzunehmen sozusagen. Wir werden am 16.06. zusammen einen Livestream gestalten. Das heißt, er streamt auf seinem Kanal, wir streamen auf unserem Kanal. Wir haben eine Adresse und die nennt sich dann multi-twitch.tv slash Hurzchen slash Seacrouds. Kommt unten auch nochmal in die Beschreibung, ins Video, in die Beschreibung, genau. Und da könnt ihr dann auch euch den Termin vormerken. Ab 22 Uhr, circa 22 Uhr werden wir online sein. Und es wird auch ein kleines Gewinnspiel geben mit einem ganz netten Preis. Na Campbellton, 100 Gamescom-Lackierungen und drei Tage Premium. Und dann gibt es noch eine Gamescom-Flagge obendrauf. Ich habe den Code von jemandem bekommen. Und der ist auch noch nicht benutzt. Also von daher könnt ihr den nutzen. Den stellen wir euch gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und auf dieses ganz besondere Event. Das ist dann das erste Mal, dass wir quasi einen Community-Contributor bei uns zu Besuch haben. Wird bestimmt ein ganz toller Abend. Wäre schön, wenn ihr mit dabei seid. Denn auch ihr da draußen habt wieder die Möglichkeit, an diesem Abend mit mir zusammen in der Divi zu fahren. Das heißt, Hurz fährt sowieso in meiner Divi mit. Wir sind also dann drei. Ihr fahrt dann mit Hurz, mir und euch, sozusagen, wenn ihr dabei seid. Die TeamSpeak-Adressen stehen wie immer dann auch bei diesem Event unten dabei. Und wir werden dann ab und zu mal durchtauschen. Aber nicht zu häufig. Also nicht jedes Gefecht kommt ein anderer mit. Sondern so alle zwei, drei Gefechte werden wir durchtauschen. Und dazwischen machen wir unser Bilderrätsel. Was ihr aus dem letzten Samstag schon kennt. Da war es ja so ein Testlauf. Und diesmal haben wir es für gut befunden, sozusagen. Und hoffen, dass euch das diesmal dann auch wieder gefallen wird. Wir haben uns was Neues für euch ausgedacht. So. Und jetzt weg vom Livestream vom 16.06. Und hin zu den Supertest-Informationen, die wirklich groß und allumfassend sind. Was wir diesmal alles wieder zu berichten haben. Auf unserer Facebook-Seite haben wir wieder alle Supertest-Artikel, die in der letzten Zeit in Englisch übersetzt wurden. ins Deutsche übersetzt. Also könnt ihr da auch alles in Ruhe nachlesen, wenn ich euch jetzt zu schnell bin. Es geht hier erstmal um den Kammernwaltszerstörer Haider. Ehemals Cossack. Und ja, da wurden jetzt viele Sachen verändert. Und zwar der Feuerbereich. Also wie weit die Türme sich drehen können. Von der 180-Grad- oder 360-Grad-Drehung. Wie weit die Feuersektoren liegen. Also die Aufteilung im Uhrenbereich, sozusagen. Dann gab es hier noch Veränderungen. Hydroakustische Suche wird verändert. Ja, dass die Aufklärung anders wird. Die Torpedo-Reichweite, Torpedo-Aufklärungsreichweite verändert sich. Der Nebelwerfer hat jetzt einen Nachhalt von 120 anstatt 240 Sekunden. Also das wird alles ein bisschen jetzt feiner abgestimmt. Und die Änderungen im Rumpf, die bedingen quasi sich dadurch, dass die Haider quasi auf der Cossack basiert. Und davon so ein bisschen übernommen wurde. Von daher haben sich dann die Werte in dem Rumpf ebenfalls geändert. Ja, wie gesagt, die Daten könnt ihr nochmal ganz genau durchlesen, wenn das euch jetzt zu schnell war. Und dann kommen wir zur Massachusetts. Das neue Premium-Schlachtschiff, was in der Entwicklung ist. Ein echter Brawler sozusagen soll es ja werden. Kein Brawler, sondern Brawler. Also einer, der vorne reinfährt oder vorne reinfahren kann, in Nahkämpfe geht und viel Damage austeilen kann. Ich bin gespannt, wie das Schiff konkret umgesetzt wird, wie viel es aushält. Ist ja quasi ein Schwesterschiff der Alabama. Und ja, es wird jetzt veröffentlicht, dass es eine neue einzigartige Lackierung geben wird. Aufgrund der großen Nachfrage heißt es. Ja, auch hier wieder die üblichen Werte. Erkennbarkeit zur See. Minus 3% und 4% kommt auf die Streuung der Genoschen Granaten dazu. Die Kosten des Schiffes werden reduziert und die Erfahrungen, die ihr bekommt, werden erhöht. Hier nochmal ein kleines Foto. Und dann können wir schon zur nächsten Info übergehen, ohne diese Panzerung zu überspringen. Die habe ich jetzt nach unten gesetzt, weil sie nicht so in den Supertestbereich passt. Ich kann euch eins ans Herz legen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Spielmechaniken in World of Warships sind, dann solltet ihr euch diese How-To-Videos, und zwar hier, so funktioniert Panzerung, in World of Warships genau angucken. Das ist ein schönes Video, das ist keine 10 Minuten lang und erklärt euch ganz genau, wie funktioniert die Spielmechanik, wenn eine AP-Granate penetrieren soll. Das funktioniert ja in Zehntel und Hundertstel Sekunden. Wenn ihr eine Granate abschließt, gibt es da diese Spielmechaniken, die im Hintergrund arbeiten. Ist das jetzt ein Abpraller? Warum mache ich nur 3000 Schaden? Solche ganzen Geschichten. Und da kommt es auch auf die Form der Zitadelle an. Und all so ganzen Geschichten werden euch in dieser Sache erklärt. Ich kann es euch nur an Herz legen. Tut es euch an und es wird euer Spielverständnis sicherlich verbessern, wenn ihr euch nicht schon sehr intensiv mit diesem Spiel beschäftigt. Da gibt es einen deutschen Untertitel für. Das ist zwar hier in Englisch der Kommentar, aber in deutschen Untertiteln kann man eine Menge lesen. Und es hilft euch definitiv im Spiel weiter. Meine ganz persönliche Empfehlung dazu. So, und dann scrollen wir weiter hoch. Dann kam der Test-Server-Livestream von uns und so weiter. Und dann kommen wir zu dem großen Artikel, den habe ich hier separat schon geöffnet. Der ist nämlich ziemlich lang. In diesem Artikel geht es darum, dass World of Warships neue Gefechtsmodis ins Spiel bringen möchte. Die sind jetzt als Prototyp entwickelt worden und haben so als Anlehnung, so wirkt das für mich, so ein bisschen die Koop-Gefechte. Nicht die Koop-Gefechte, die Unternehmen. Die Unternehmen, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Diese Operations. So wirkt das so ein bisschen für mich. Und es gibt auch so ein paar Vorbilder aus anderen Computerspielen zum Beispiel. Und da fangen wir hier oben mal an. Der alternative Modus 1. Ab Beginn der Schlacht erscheint eine immer kleiner werdende Zone. Die PUBG-Spieler unter euch, die World of Warships spielen, die werden sich daran so ein bisschen erinnern. Es soll also quasi eine große Zone sein. Wenn man sich in der Zone befindet, werden die Schiffe permanent repariert. Und wenn man sich außerhalb der Zone befindet, nehmen die Schiffe permanent leichten Schaden. Da wurden jetzt Parameter angepasst, um das Spiel noch langfristig und spielspaßig zu gestalten. Ich bin gespannt, ob dieser Modus wirklich mal den Weg ins Spiel findet. Weil das natürlich auch irgendwie ein unrealer Gefechtsmodus irgendwo ist. So was hat in der Realität ja auch nicht stattgefunden. Da hat irgendwie in einem Bereich immer Schiffe geheilt wurden und in einem anderen Bereich irgendwo Schiffe immer beschädigt wurden. Von daher, naja, bin gespannt. Ich hoffe, dass Sie das als separate Modus einführen und nicht einfach als Zufall. Du drückst Zufallsgefecht und dann landest du in einem dieser Modus. Und das wäre irgendwie doch ein bisschen schade, fände ich. Ist so mein erstes Gefühl bei der Sache. Ohne es gespielt zu haben oder mehr zu wissen als ihr, als das, was man hier lesen kann. Dann gibt es einen alternativen Modus 2. Da gibt es ein Team, was verteidigt und ein Team, was angreift. Das verteidigende Team hat zwei Tierstufen mehr als, also bis zu zwei Tierstufen mehr als die Angreifer. Die Verteidiger haben Reparaturzonen, aber die Angreifer können wiederbelebt werden, wenn sie versenkt wohnen. Das hat alles irgendwie so ein bisschen mehr Arcade-Gefühl. Finde ich persönlich, ich muss ganz einfach sagen, ich lese es gerne, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Aber ich habe jetzt nicht dieses Gefühl, boah, diesen Modus muss ich ins Gefecht haben. Den möchte ich unbedingt spielen. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Auch gerne. Ich bin für eure Meinung immer offen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich höre gerne in die Community rein, in euch sozusagen rein. Sagt uns eure Meinung dazu. Gefallen euch so in der Gefechts-Smoothies? Ich weiß es nicht, weil ich davon so richtig halten soll. So, dann gibt es einen alternativen Modus 3, der sehr ähnlich mit dem zweiten ist, nur dass die Spieler nicht wiederbelebt werden können. Und ja, die Angreifer müssen die Reparaturzonen zerstören und die Verteidiger müssen das eben verhindern. Tausend Punkte sammeln oder alle Schiffe zerstören. Dann gibt es einen Modus 4, der mich halt sehr an den PvE-Modus erinnert. An jeder Seite, jede Seite hat drei Vores, einen Flugplatz, eine Reparaturbasis und drei Spezialschiffe, die sehr viele Trefferpunkte haben. Ja, diese Schiffe bewegen sich auf die gegnerische Basis zu, beginnen den Angriff, Flugplätze, haben zahlreiche Flugzeuge und so weiter und so weiter. Ich will es jetzt gar nicht alles Punkt für Punkt vorlesen. Es ist halt, ja, doch PvE ähnlich, aber mit menschlichen Spielern bestückt, sozusagen. Dann gibt es hier eine Sache auf der Karte Gefahrenherd, dass man da auch wieder mit einem lokalen Wetterereignis verfolgt wurde und quasi dieses lokale Wetterereignis, die Schiffe vor sich her treibt, sozusagen. Und ja, das verteidigende Team muss halt zu einer Verteidigungslinie halten und da darf kein Schiff drüber kommen. Und wenn man das schafft, dann hat man relativ schnell schon gewonnen. Wenn man das eben nicht schafft, dann hat man relativ schnell schon verloren. Also so, dass man sich quasi direkt aufeinander zubewegen muss, sozusagen. Oder der Verteidiger hier auf das gegnerische Team wartet und die Angreifer sich auf so eine Linie zubewegen. Und ja, wie gesagt, ich will es jetzt nicht immer alles wiederholen, weil ich dazu denke, ich bin gespannt, aber ja, nicht so optimistisch sei jetzt einfach mal. Ja, und im Modus 6 gibt es quasi einen leicht modifizierten Modus zu Modus 5, wo dann auch die Erkennbarkeit verändert wird und so weiter und so weiter. Wie gesagt, wenn ihr da ganz genaue Sachen wissen wollt, lest euch den Artikel durch. Ist ein bisschen länger, aber da werden alle sechs Modis behandelt. Und dann könnt ihr sie entweder hier unten in die Kommentare setzen, auf unserer Facebook-Seite oder eben hier auch unter das YouTube-Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da rege von Gebrauch macht. So, und dann sind wir hier mit den Spiel- und Gefechtsmodis durch. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, was hitzig diskutiert wurde in der Community, hier auf Facebook unter anderem auch, aber auch in diversen Foren. Ja, die Grozowoy-Änderung. Die Grozowoy sollte Radar bekommen. Das wurde jetzt, nachdem man in die Community reingehört hat, dann doch wieder abgeschafft. Und die Grozowoy bekommt jetzt eine Reparaturmannschaft anstatt des Radars. Die Reparaturmannschaft stellt permanent 0,5% der Trefferpunkte wieder her und ist 28 Sekunden lang aktiv. Nachladerzeit beträgt 120 für Premium-Verbrauchsmaterialien 80 Sekunden. Jetzt sind dann drei Ladungen verfügbar. Und das erhöht natürlich ungemein die Kampfkraft der Grozowoy, die ja im direkten Duell manchmal so das Nachsehen hatte, weil sie eben durch Radar in den Cap-Zonen schnell aufgeklärt werden konnte. All so eine Sache. Sie hatte einfach so ein bisschen Kampfwert verloren und ist einfach der unbeliebteste Zerstörer im Spiel aktuell nach den Statistiken gegangen. Und ja, denen will man ein bisschen entgegenwirken, indem man halt jetzt hier die Grozowoy so ein bisschen pimpt, ein bisschen bufft. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob sich das dann durchsetzt. Die Gefechtsreichweite wird ja auch erhöht, zum Beispiel auf 12.300 Meter. Motorboost ist nun in einem separaten Slot und muss nicht mehr gekreuzt werden, also ausgewählt werden. Ihr habt nicht mehr diese Wahlpflicht. Ja, und ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, dass sie bei der Grozowoy jetzt nochmal was anderes versuchen. Mit dem Radar da vorne drin wäre echt eine krasse Nummer gewesen. Auch wenn das Radar nur fünf Kilometer weit kam, es ist trotzdem so ein Ding, da fährst du halt vorne rein und bist immer offen. Also danach kommt dann quasi der Kreuzer, die Desmo, und danach die Moskwa. Und alle halten sich dann permanent offen. Dann hast du, wenn du da vorne so ein starkes Equipment da drin hast, ist dann schon irgendwo ganz schön heftig. Hydro ist ja schon sehr ähnlich. Von daher macht Radar auch nicht so viel Sinn, weil es werden ja auch häufig Torpedos gespammt. Wer klärt denn die auf? Der Radar klärt keine Torpedos auf, sondern nur Hydro. Und Hydro macht auf der hohen Tierstufe inzwischen ja auch schon die Schiffe bis auf fünf Kilometer auf. Also das ist schon eine vernünftige Wahl, da nicht Radar einzusetzen, weil der den Kampf ja zwar zum Teil steigert, aber nicht unbedingt. Hiermit sorgt man auf jeden Fall für eine längere Überlebensfähigkeit des Zerstörers und das ist meiner Meinung nach auch die bessere Wahl. So, und dann kommen wir zum nächsten Supertest, der hier am 9. Juni von uns übersetzt wurde. Und zwar geht es um die Sao und die Moskwa. Die Sao wurde ja vor kurzem schon mal erwähnt, dass sie verändert wird. Und jetzt wird hier auch nochmal die Torpedonachladezeit von zwei unterschiedlichen Torpedowerfern verändert. und zwar wird sie bei dem Top 93 Mod 3 von 164 auf 171 Sekunden erhöht, also um sieben Sekunden und die Nachleihzeit vom Typ F3 von 117 auf 104 Sekunden verringert. Ich habe die Sao leider nicht, darum kann ich euch nicht genau sagen, wo da jetzt die Unterschiede bei den Torpedowerfern lagen, wegen der Reichweite oder der Geschwindigkeit. Aber auf jeden Fall sind das die Werte, die geplant sind. Das ist alles noch im Test, also von daher keine finalen Werte, bei allen Supertestinformationen im Übrigen. Das Nachladen der Torpedowerfer wird deswegen verändert, um sie in eine Relation zu den vorhergehenden Torpedowerfern zu bringen und die ganzen vorhergehenden kreuzern. Es war vorher nicht so in einer erkennbaren Linie oder einer erkennbaren Regelmäßigkeit sozusagen, dass bestimmte Sachen von Tierstufe zu Tierstufe verbessert wurden. Bei den deutschen Zerstörern zum Beispiel kann man so etwas sehr, sehr gut erkennen. Man fängt halt mit dem Sie irgendwo an, mit einer Reichweite von sieben Kilometer und der nächste Torpedowerfer hat siebeneinhalb. Dieser verbesserte Torpedowerfer ist bei dem nächsten Schiff dann der Standard-Torpedowerfer und der erweitert sich dann auf acht Kilometer und so weiter und so weiter. Und so wird es hier jetzt wohl auch gesteamlined, wie das so schön heißt, also in eine Linie gebracht. So, und dann geht es noch weiter mit dem sowjetischen Kreuzer Moskva. Ein sehr, sehr starker Kreuzer auf der Stufe 10 und ja, er wird verbessert, weil festgestellt wurde, der Schaden im vorderen Bereich und am Heckbereich, also im Bug und im Heck, ja, überproportional unpassend ist. Und so wird die Panzerung jetzt auf 50 Millimeter erhöht im vorderen Bereich. Er wird jetzt hier auch angezeigt. Hier sind es noch 25, aber es ist der Bereich gemeint und es ist der Bereich da hinten gemeint, wo jetzt 50 Millimeter gepanzert werden. Das soll dazu führen, dass 380 Millimeter Geschosse leichter abprallen können und somit die Überlebensfähigkeit und die Teilnahme am Kampf der Moskva einfach erhöht ist. Und ja, man muss nur seine Moskva eben richtig anwinkeln und dann hat man ja einen Effekt draus. Und ich denke, da wird doch der ein oder andere Moskva-Fahrer sich wieder freuen, dass er noch ein bisschen mehr Schiffe anzünden kann oder mit den AP-Granaten-Breitseite-Fahne-Kreuzer einfach mal ein bisschen rumzieherdelt. Ja, und dann haben wir es schon. Dann sind wir doch schon wieder durch die Flaschenpost durch. Hierzu kann man vielleicht noch sagen, wir haben jetzt am letzten Wochenende ein neues Gewinnspiel ausprobiert. Bei uns gibt es jetzt eine Bilder-Puzzle, Bilder-Rätsel, die man nutzen kann sozusagen, wo man mitmachen kann, wo wir immer mal so eine Kleinigkeit verlosen. Am letzten Samstag haben wir spontan einfach mal einen Freiheitscontainer verlost. Und der Gewinner war Comeda23 und er hat hier aus diesem amerikanischen Freiheitscontainer gleich die Kit-Aufgabe gezogen, der Glückspilz. Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Seite, aus dieser Flaschenpost heraus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Kit. Und ja, wenn ihr die Möglichkeit haben wollt, ein Schiff zu gewinnen oder einfach mal ein bisschen Glück zu haben, ja, vielleicht halt die Gamescom-Tarnung oder das ist ja alles eine Sache. Also ihr kriegt da eine Campbellton, die Gamescom-Tarnung und drei Tage Premium. Alles in einem Code sozusagen. Wer da das Schiff löst, hat dann, ja, vielleicht auch mal Glück. Vielleicht machen wir auch nochmal irgendwann einen amerikanischen Freiheitscontainer für euch. Ja. Ihr könnt gespannt sein, wie das mit dem Bildereze so abgeht. Wir sind da noch so in der Entwicklung ein bisschen, aber das ist jetzt schon auf einer relativ vernünftigen Basis, sodass ihr auf jeden Fall daran Spaß haben werdet. Ja, hier nochmal der Hinweis abschließend. Hier ist auch nochmal die Adresse genannt, Multitwitch.tv Hurzchencheschess. Das ist eine Seite, wo ihr beide Streams gleichzeitig verfolgen könnt. Aus der rechten Seite könnt ihr umschalten zwischen dem Chat von Hurz und dem Chat von Seacrouds. So, und dann sind wir hier durch, haben heute noch ein Kamikaze-Replay veröffentlicht, sehr geil, der Top 6 EU-Schaden, also auf dem EU-Server, der sechsthöchste Schaden bei uns im Clan wurde, die Kamikaze gefahren mit über 223.000 Damage, eine ganz sehenswerte Runde. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Video oder nächsten Livestream. Haut rein, macht's gut, euer Secrets Team, euer Maraha. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.